Ich bin hier im österreichischen Burgenland unterwegs mit einem der ungezogensten Hunde, die ich überhaupt kenne. Eigentlich will ich hier Großtrappen beobachten, aber der Hund hat ganz andere Ideen. Der will nämlich gerade spielen. Cleo ist gerade mal zwei Jahre alt und manchmal benimmt sie sich noch kein großes Kind. Jetzt bei Fuß. So sehen wir nie eine Trappe. Es ist unglaublich, was hier los ist. So viele verschiedene Vogelarten. Der große Brachvogel ist hier. Verschiedene Fasanenarten. Rebhühner gibt es hier. Kraniche kommen durch. Die Weißschläuche sind da. Löffler, Seitenreiher, Graureiher. Es ist ein kleines Eldorado hier. Aber das Besondere in dieser Gegend ist hier, dass es hier die Großtrappe gibt. Den schwersten flugfähigen Vogel Europas und Asiens. An dem bin ich eigentlich auf der Spur. Ungefähr 800 Meter von mir entfernt ist ein einzelner Trapphahn. Großtrappenhahn. Fängt gerade an zu balzen. Von Weiten sieht das aus, als ob jemand eine große Düngertüte in der Landschaft hat liegen lassen. Wie eine weiße Plastiktüte. Aber es ist ganz eindeutig. Ein Trappenhahn dürfte etwas weit sein zum Fotografieren. Der Großtrappenhahn hat mich natürlich schon lange gesehen. Und viel näher darf ich nicht ran und will ich auch nicht ran. Insofern ist das hier eine sehr gute Einheit. Mit diesem Teleskop komme ich jetzt immerhin auf 1200, über 1200 Millimeter Brennweite. Und es ist sehr leicht. Und die digitale Fotografie braucht eigentlich auch nicht mehr so viel Licht. Ja, das sieht im Sucher verdammt gut aus. Ich habe die Vögel fast vollformatig im Sucher. Das sind starke Bilder. Ein Problem bei diesen starken Vergrößerungen sind natürlich immer die Wärmeschlieren, die über den Boden wappern. Und die Vibrationen, die man in diesem System hat. Die kann man auch nur bedingt eliminieren. Das Ganze ist halt ein Kompromiss. Aber ich finde, es ist ein sehr guter Kompromiss. Man hat ein hochwertiges Tele-Fotoobjektiv, kann damit filmen und noch die Objekte ganz normal mit einem Spektiv oder einem Teleskop beobachten. Klöo? Hey, Klöo?